Herzlich Willkommen zum Minecraft Bau Event. So, die erste Burg ist hier am Start. Die ist von dem Bums Doggy und die schauen wir uns jetzt erstmal von außen an, habe ich gedacht. So, und dann gehen wir gleich mal rein. So, sehr detailliert auf jeden Fall gebaut. Ich war einmal kurz drin, habe aber noch nicht alles gesehen. Ich sehe jetzt gleich auch vieles zum ersten Mal. So, 50 mal 50. Wie gesagt, ist die Burg auch... So, ah, mal schön von außen, ja. Ist auf jeden Fall viel Leben drin, da kann man einiges sehen. Ja, ist auch, ist glaube ich, das Texture Pack, ich weiß gar nicht, welches das genau ist. Ich glaube, dass dieses königliche Texture Pack, das passt natürlich auch super. Das habe ich persönlich jetzt nicht und habe da auch selten mitgebaut, aber zu diesem Minecraft Bau Event passt dieses Texture Pack natürlich richtig gut. Ah, da oben, da springt der schon rum, der Bums Doggy. So, jetzt sind wir einmal komplett mal rumgefahren. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Ich muss mal schauen, ob ich vorne überhaupt durchs Tor komme. Ich denke eher nicht. Das sieht alles sehr verschlossen aus. So. Ja, da komme ich nicht rein, aber ist kein Problem. Wir fliegen einfach mal rüber. So, auch viele NPCs sind hier. Hier kann ich euch das mal von innen so ein bisschen zeigen hier. Das Leben in der Burg. Auf jeden Fall sehr lebendig alles. Da ist er, der Kollege, der Bums Doggy. Oh, die Schwerter sehen auch cool hier aus. Auf jeden Fall. Schön. So. Was haben wir denn hier für ein Schild? Was steht denn hier drauf? Burg Screen Fun. Haha, cool. So. Ähm, ich würde sagen, wir halten uns mal vielleicht an diese Richtung. Wir gucken erst mal hier. Was haben wir hier? Die Schmiede. Oh, hier haben wir so einen Schmied stehen. Geil. Da kann man sich gleich direkt sein Schwert schmieden. Schöne Idee. Was haben wir denn hier in den Ecken? Oh, hier ist überall Heu. Für die ganzen Tiere. Wahrscheinlich für die Pferde. Okay. Nummer 4. Was ist die Nummer 4? Ach, das ist so ein Schlafbereich. Ist das? Ah, cool. So ein Hochbett. Die Betten sind ja auch cool aus in den Texture Pack. Hier so schön königlich. Die Truhen. Das passt alles sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Dieses Texture Pack gefällt mir auch gut. Halt in so einem Baustil baue ich ja halt selten. Cool. Okay. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist hier Nummer 3. Das sind alles wahrscheinlich so Schlafräume. Oh, ja. Hier steht auch der Kollege drin rum. Oh, die Türen sind natürlich auch schön. Auch schön detailliert. Schick, schick. Was haben wir denn hier? Betreten verboten. Waffenschmied. Äh, Waffen etc. Ähm. Okay. Was haben wir denn hier? Nix. Gehen wir mal hier rein. Oh. Hier wohnt wahrscheinlich der König. Das sieht auf jeden Fall sehr königlich alles aus hier. Ach, da oben kann man auch hoch. Da geht es zu der Burg. Ah. Komm, gehen wir mal hinterher. So, was haben wir denn hier oben Schönes? Alter, Walter. Ja, hier lässt es sich doch leben. Hier die ganzen Schätze und alles. Wow. Die Putzfrau, die müsste aber auch nochmal kurz hier durchgehen. Die ganzen Spinnweben. Da steht er in der Ecke. Cool. Wow. Was hat man denn hier für eine Aussicht eigentlich? Das ist doch einer von den zwei Türmen. Ich denke mal, das ist derselbe Turm wie da hinten. So, ich weiß es aber jetzt auch nicht ganz genau. Schön. Ah, hier die ganzen Bepflanzungen drin. Ah, hier kann man sich schon ein wenig verlaufen. Hier muss man gucken, wo man genau ist hier. Oh, die ganzen Amboste. Amboste. Da oben steht der Kollege auch noch drauf rum. Der passt da bestimmt gerade drauf auf. Ah, die Pferde. Ja, cool. So Ställe sind das. Da muss man ja auch haben. Kühe. Ja. Fleischvorrat ist, dafür ist auch gesorgt. Hier auch nochmal Fleischvorrat. Cool. Okay. Hier ist wohl so ein bisschen die Lebensmittelabteilung. So. Was haben wir denn hier noch? Läuft die mal einmal komplett hier an den Seiten ab. Dann verpasse ich hier nichts. Ah, geil. Wir haben auch noch so ein Beet hier. Schön mit Pumpkins. Cool. Kürbissen. Heuballen. Da haben wir auch noch so einen Riesenturm. Haben wir auch noch. Oh, die sind auch. Das sieht aber sehr wertvoll alles aus hier. Hoppala, hoppala. Muss erstmal hier durchkommen. Kann man hier auch reingehen? Ja, geil. Was steht denn hier? Bürgermeister. Aha. Ramspopo. Bürgermeister Ramspopo. Cooles Bild übrigens hier mit den Bären. Die Pflanzen sehen auch schön aus. Nichts schlecht. Eine Treppe. Und die Steintreppen sehen auch sehr rustikal aus. Schön. Ah, okay. Alles klar. Hier sitzt dann wohl der Chef hier von dem Ganzen. Schön. Ach, cool. Mit den Türen und so. Das sieht ja geil aus. Fett. Nicht schlecht. So. Bums Doggy. Gehen wir mal wieder raus hier, würde ich sagen. Oh, da kommt schon der nächste Kollege hier. Er will seine Gehaltsstüte oben schon mal abholen. Na, hast auch gut gearbeitet dieses Jahr. Na, ja. So. Was haben wir denn hier noch? War hier noch eine Tür? Hier war noch eine Tür, ne? Haus 1. Okay. Wir sind zwar von hinten angefangen, aber mir ist halt wichtig, dass ich vieles, beziehungsweise alles zeige hier. Ja. Schön. So. Tür zu. Klappe zu. Affe tot. Was haben wir hier noch so? Okay. So einen kleinen Stall. Ah, cool. Hier kann man so ein bisschen nach oben gehen. Bestimmt auf die Burgmauern. Hoppala. Aha. Ah, cool. Ach, eine Kanone. Geil. Sieht ja mal fett aus. Oh, der schießt da. Da möchte ich auch mal ausprobieren. Geil. Gute Idee. Auf jeden Fall, ja? Schön. Natürlich, auf der anderen Seite auch noch mal eine. Man muss sich ja verteidigen können. Komm, ich will noch mal schießen. Ist ein bisschen verzögert, dann kann man es gut zeigen. Cool. Coole Sache, auf jeden Fall. Hier hat man auch noch mal so kleine Tüme. Hier war ich, glaube ich, gar nicht drin, ne? Ne, geil. Geil. Ach, ein Hausklo. Hier ist ein Klo drin. Ach Gott, so ein Plumpsklo. Oh, schnell raus hier. Ah, coole Idee. Ja, muss man ja auch haben, ne? Ohne geht's ja nicht. Okay, hier waren wir, glaube ich, gerade drin. Genau, stimmt. Hier war diese Ecke. Was ist denn mit diesen Türmen? Ach, geil. Hier oben. Hier kann man ja auch noch so ein bisschen hin. Hoppala. Hier kann Mr. Screenfern auch noch mal kurz sich die Flossen wärmen. Boah, so richtig fette Feuertürme. Ja. Sehr viel in der Burg drin, auf jeden Fall. So. Was ist das denn alles hier oben? Ach, das... Ach so. Das soll so Rauch einfach sein. Ach, cool. Ich hab grad erst gedacht, was suchen denn diese Glasscheiben da drin? Ah. Fett. Ah, hier läuft auf jeden Fall das Barbecue richtig gut, wahrscheinlich. Cool. Coole Idee mit dem Qualm und so. So. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt alles gezeigt hier. Ich hoffe mal, ich habe alles gezeigt. Hier vorne können wir nochmal die Tür zeigen. Also... Wow. Das sieht auch cool aus mit diesem Gitter, mit diesem Holz da so in der Mitte. Sieht ein bisschen aus wie so ein Spieß. Cool. Schön. Mit Wasser hier rundherum. Geil. Dann hätte ich hier noch so ein kleines Podest. Wupp. Wie so ein kleines Spawner hier. Burg Screen Fun. Ja. Leute. Und das war die erste Burg vom Minecraft Bau Event. Ähm. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge vom Minecraft Bau Event. und schauen uns halt die nächste Burg an. Bis dahin. Ciao.